hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video gemeinsam mit papa hallo und ja wir sehen uns gleich bei meiner fliegenden runde wieder bis dann jetzt kommen wir auf unsere fliegende runde haben sogar noch den schatten von russell und starten jetzt in unsere runde das ist hier natürlich eine ganz kurze strecke also ein kleiner fehler und man könnte schon ja so nur im fünfter sein oder so wenn man eigentlich top drauf ist jetzt aber hier auch wieder windschatten von gassen das hilft uns das hilft uns und papa im moment glaube ich erster und wir mit einem lila zweiten sektor und da kommen wir jetzt in die letzten beiden kurven nicht versagen nicht versagen nicht versagen und dann ne 156 ne 156 ne 156 und ja ich werde bestimmt noch eine fliegende runde machen da sehen wir uns gleich und jetzt beginnen wir unsere letzte fliegende runde ja nochmal der grund warum wir hier in österreich waren weil ja am wochenende hier glaube ich das rennen in österreich stattfindet und deswegen fahren wir hier und jetzt haben wir hier schon mal persönlicher bester erster sektor und ja und 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 Ah, hier ein bisschen schlecht, oh nein. Ja, komm, noch ein bisschen. Zumindest verbessert. 90.000 sind, nein, sogar eine Zehntu. Super, das war die schnellste Runde. Okay, wir sehen uns dann gleich im Rennen wieder, bis dann. Und hier nochmal das Ergebnis, also ich werde erster vor Lewis Hamilton, danach Papa. Perez, Albon, Stryff, Hattel, Norris, Ocon, Leclerc, Riccardo, Sainz, Gasly, Quirt, Raiköhn, Magnussen, Grosjean, Russell, Antonio Giovinazzi und Latifi. Okay, dann geht's rein ins Rennen, wir fahren Rennen, Papa, ne? Ein Rennen. Ja. Es geht los. Genau, es geht los. So ist es. Ja. Keiner stoppt den Kiel, ja. Das fängt schon auf dem Spieli an. Okay, Soft-Medium-Strategie in Runde 9 auf die Softs und dann bis Runde 18 auf den Medium-Rachen. Kann man so mal machen. Und da kommen die Lichter. Und los geht's. Los geht's. Wow. Papa, du. Du Maschine, Junge. Was hast du denn für ein Mega-Start hingelegt? Aber jetzt komme ich. Ja, ich kann's, ich kann's, ich kann's. Okay. Okay. Oh. Oh. Mega-Start, weiter so. Und, kranke Anfangsphase. Ich erster, danach Papa und danach Peres und danach Hemmeln. Das ist echt krass. Und fünfter ist noch Algon. Also das war schon mal eine gute Anfangsphase, ne Papa? Wir hoffen, dass es so weitergeht. Komm, komm, komm. Und... Hup, da ist die schnellste Runde. Okay. Das war schon mal. Das war's. Na, schaffen wir vielleicht jetzt auch wieder die schnellste Runde? Komm, komm. Und, jawoll, schnellste Rennwunde. Das heißt ja mal, ja, danke schön. Das heißt ja mal wieder was Gutes. Das heißt, schon fast vier Sekunden vor Papa und fünf Sekunden vor Hamilton. Das ist doch schon mal ein gutes Kreuz da, ne Papa? Ja, wir fahren hier weiter vorne. Unser Ding so, sechs Komma fünf Sekunden vor Sprenger, Papa. Also wieder eine Sekunde Suche noch. Vom letzten Schnitt. Ja, und das ist doch mal was richtig Gutes. Weil, wie gesagt, wir können so weitermachen. Und Papa muss vielleicht auch noch mit den Kamelchen machen. Du musst mit Mediums weiterfahren. Oder will Hamilton jetzt was gegen Papa probieren? Nein, bitte Hamilton, hör auf. Nein! Hamilton. Hör auf. Nee, er macht das. Ja, zum Glück nicht. Okay, nochmal ab. Halt dich so lange da vorne wie spät, bitte. Das wäre so cool, dich hier auf Club 2 zu sehen. Das Boxenstopfenster ist offen. Das Boxenstopfenster ist offen. Oh, Louis Hamilton und Papa. Die beiden kommen jetzt an die Box. Und? Oh, ich brauche einen guten Topf. Da kommt auch noch ein Ferrari an die Box. Und noch ein Renault. Und ja, Papa braucht einen guten. Was ist da los? Oh, nein. Nein! Die haben Flügel gemacht, obwohl der nicht kaputt war. Also ganz leicht grün. Ah, scheiße. Ja, egal. Ja. Ich komme jetzt diese Runde an die Box. Wegen der Reifen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Alles okay. Ich komme jetzt diese Runde an. Das war auf jeden Fall ein Monster erstes Stand von mir. Mal sehen, ob ich im zweiten Stand genauso lief. Ich hoffe es mal. Und ich hoffe auch, dass Albon Kettles überwohnen kann. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal an die Box. Und das war... Ich habe Family kassiert. Echt? Fahr raus. Fahr jetzt raus. Ah, scheiße. Was ist denn da bei meinem Boxenstopfenster passiert? Hilfe. Somit kommt Scroll an mir vorbei. Keine Boxenstopfen mehr geplant. Boah, ganz viele kommen an mir vorbei. Platz 4. Nein. Aber im Moment bin ich noch Erster. Ja, das ist das Einzige Positives daran. Und vielleicht catchet ja direkt auch Seins. Hoffentlich. Hoffentlich Seins. Oh! Rot! Nein! Nein! Papa! Das ist überhaupt nicht gut. Oh nein! Und jetzt bin ich auch weg. Aber nochmal Glück gehabt, dass das nicht so krass jetzt war. Aber mit dem Medium-Reifen bin ich schon echt nicht gut, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass ich das so ins Ziel bringen kann. Der Abstand zum Hintermann beträgt 6,2 Sekunden. Nein! Beinahe, da merke ich schon, wie wenig Griff ich auf diesen Reifen habe. Und Albon hat sich Hamilton gecatcht. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist schon mal eine gute Sache. Nein! Nein! Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Shit! Sechster! Ah doch, fünfter! Fünfter. 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 Ah Mann. Was war das mal wieder für ein Fail? Schon wie in Bahrain. Ich wollte heute noch ohne Fail da runter. Jetzt müssen wir noch ordentlich was aufholen, wenn ich hier noch den Sieg holen möchte. Und ich möchte den Sieg holen. Also zumindest das Podium. Das ist noch mein Ziel. Der Top Speed ist aber nicht gut. Doch jetzt im Anbremsen. Jawoll. Vorbei. Am Ende. Wie bitte? Ja. Ja. Oh, du hast mal 3 Sekunden Strafe. Scheiße. Aber ich bin jetzt auf Platz 4 und ich hoffe ich kann noch Hamilton patchen. Damit ich auf Platz 3 komme, weil ich habe. Nämlich einen Fehler. Und da ist jemand raus. Gibt es wieder einen Safety Car? Wer ist raus? Bitte gibt es einen Safety Car? Das wollte ich jetzt so feiern. Ah, leider nicht. Ich glaube, ich bin jetzt auf der Fall in den você. Ich habe es um das Game zu laufen. Ich bin jetzt auf der Fall почему die Geräusche. Ich habe aber auch vorne, wie er da rausgekommen ist. Hamilton geht bestimmt noch. Aber ich bin zu langsam. Boah! Und jetzt auch noch Algon! Dritter! Was geht da vorne ab? Was geht da vorne ab? Ich komme ran an Algon. Ran an den Dritten. Und auch ran an Paris. Was wird das hier für ein Finish? Aber ich glaube, ich kann mir Algon nicht mehr holen. Ich glaube, es geht nicht. Und schon noch mal alles geben hier. Noch mal alles geben. Um zumindest noch aufs Podium zu kommen. Es wird aber schwierig. Es könnte aber reichen. Es könnte reichen. Es könnte reichen. Nein, leider reicht es nicht. Oder, oder? Jetzt fangen wir mal gegen Algon. Und es reicht nicht. Es reicht nicht. Mit Rea. Ja, ich habe auch nie großen Fehler gemacht. Und bin trotzdem auch noch fast aufs Podium gekommen. Aber immerhin Algon. Auf dem Podium. Ja, nächstes Mal gibt es dann ein Grand Prix. Ähm. Ja, in Großbritannien. Also. Ja. Ja. In Großbritannien auf jeden Fall. Das würde dann schon Formel 1 2021 sein. Wo wir dann Großbritannien fahren werden. Und. Ähm. Ja. Aber ich und Papa machen bestimmt auch noch ein Video so zwischendurch. Oder heute mache ich noch eins alleine. Und du bist trotzdem noch mit der 3 Sekunden Strafe fünfter geworden. Ja. Geil. Na gut. Ähm. Papa darf sich als erstes verabschieden. Ciao, ciao. 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 Dann sag ich jetzt auch Tschüss. Also ich sag kurz noch wie gut das Rennen war. Nach dem Dreher war halt nix mehr so richtig für mich drin. Und. Ich wollte eigentlich hier gewinnen. Ich wollte das Ding gewinnen. Klar. Aber dann habe ich irgendwie geträumt. Ja. Und. Und. Aber. Zu reden jetzt bringt nichts mehr. Es ist passiert. Und. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Heute noch. Oder morgen auf jeden Fall. Bis dann.